Der vermeintliche Bruder verdient viel Geld mit mir. Er fährt mich jeden Tag von der Wohnung zu den Freiern. Er kauft auch das Essen und stellt es mir in den Kühlschrank. Ich bekomme kein Geld. Er muss schließlich auch die Miete bezahlen, sagt er. Der Mann sagt, du musst 3000 Euro abarbeiten. Du bist illegal. Du kannst dich nicht wehren. Ich möchte arbeiten gehen. Wie versprochen. Und Manfred sagt, ich darf nicht arbeiten. Ich glaube, dass er gar nicht will, dass ich arbeite. Er will, dass ich von ihm abhängig bin. Ich kann auf legalem Weg die Arbeit nicht bekommen. Ich lebe ständig in Gefahr. Wenn ich die Sirene höre, denke ich, früh oder später werden sie mich haben. Und es war alles umsonst. Er Äpfel auch Ja, ich 가� alles umsonst. Ich meine Frau,